Ich mache jetzt hier gerade Kaffee, aber der Song, was darum geht, ist «Gabane Sauvignon». «Gabane Sauvignon, hast du ein Glas, wo ich dich gefragt habe, was trinkst du da aus der Frage des Dates?» Wenn du das hören könntest, das macht mich so glücklich. Und beim Wein, beim Thema sind wir schon, morgen ist es ein bisschen schwierig mit Wein und Kaffee ist das wahre Lebenselixier. Aber Wein beflügelt, wie sagt, in vino veritas und so kann es doch durchaus passieren, dass wenn man mal ein Glas Wein gehabt hat, dass man locker wird und jemand anspricht. Und vielleicht steht auch aus dem etwas. «Gabane Sauvignon» Und der Song handelt eigentlich ein bisschen von dem, aber eigentlich auch, wenn man schon länger in einer Beziehung ist, in einer Partnerschaft, die Wichtigkeit davon, dass man immer wieder füreinander ein bisschen Zeit findet, mal ein bisschen hinzuhökelt und ein bisschen miteinander redet und plaudert und ein bisschen fragt, wie geht es dir, was machst du. Und das kann mit einem Kaffee sein, mit einem Tee oder eben mit einem Gläschen Wein. Vielleicht sogar von der Daraubensorte «Gabane Sauvignon». Und das kann mit einem Huhnามusittplatten sein, wenn man einen Tee oder eben mit einem intimherzellen macht게 misst, intend und das kann mit einem neues Runde Bis zum nächsten Mal.